Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sonntagsshit aka Polybridge. Mit mir dabei der Tobi, bei dem ist das kein Sonntagsshit, aber ist auch egal. Na, bei mir ist es einfach irgendein... irgendein Video und ich weiß, wir waren zuletzt an dieser Brücke und ich hab einfach so verzweifelt, im Budget zu bleiben. Das waren so 40 Minuten, die ich da dran saß. Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Ich glaube, ich bin doch hinterher mit reingekommen. Ah, was wird das denn hier mehr? Ich sehe doch schon wieder Dinge auf mich zukommen. Ähm, warum soll das da unten landen? Also ich versuche diese Brücke jetzt natürlich nochmal, ne? Ja, versuch das. Welchen, welchen, warte mal, welchen bist du, Aromatens? Zwei, drei. Zwei, drei. Ah, zwei, drei. Das ist eine... das ist so eine Doppelbrücke. Ja. Ich frage mich gerade, warum das Taxi unbedingt da unten lang muss. Damit das nicht so einfach wird. Ich fand wichtig bei dem Level die beiden Seile. Ja, ich glaube, die werde ich auch brauchen. Na, gucken wir einfach mal ein bisschen, ne? Nur mal so, weil du ja gerne mal verfügbareres Material nicht benutzt. Ja, ich bin halt nicht so der Seiltyp. So. Na ja, probier mal das erstmal hier aus. So. Ach, das Ding muss ja da oben rüber. Oh. Oh. Schikane ist das. Ich sage es euch. Aber die Brücke, wenn ich die so mache, wie da, dann habe ich... Das habe ich ja schon so oft probiert und das hat nie geklappt. Ich glaube, das probiere ich nicht weiter. Ich probiere die jetzt einfach anders. So. Ja, ich will hier Tracking. Hier das Tracing. Ja, genau. Danke, Ommensee, hätte ich jetzt fast gesagt. Ist das schon Schikane oder muss das so? Was genau? Dass die Scheiße hier nicht passt. So geht's. So, gucken wir jetzt mal, ob der Scheiß oben hält. Ich bin echt motiviert heute, dieses Level zu schaffen, ne? Also geschafft habe ich es ja schon, aber es ist halt noch nicht grün. Oder blau oder welche Farben das am Ende hat. Wenn du alles eingehalten hast. Grün, blau, orange. Das hält ja nie unnimmer, ne? Nein, das hält nie unnimmer. Ich bin auch schon wieder über dem Budget. Jetzt schon. Ich habe noch nicht mehr eine stabile Brücke. Ja, Tobi, vielleicht liegt das daran, dass du immer alles benutzt, was zur Verfügung steht. Auf keinen Fall. Nee, das hält, ne? Ich feier mich. Nee, hält nicht. Ich habe mir noch fast gedacht. Wie lösche ich denn die? Wie komme ich denn auf C für löschen? C wie C-Lied? Weiß es nicht. Ja, für Cut, glaube ich. Ich war gerade gedanklich bei Cut. Bist du auch so jemand, der Cut and Paste sah? Nein. Ich kenne da so jemanden. Schöne Gruße gehen raus an R.B. Was baue ich hier eigentlich schon wieder für Monster? Reinhold Beckmann? Ja, genau. Easy, fertig. Im Budget. Hey. Wer braucht denn schon Seile? Echt, na? Was ist das denn? Äh. 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 Ich bin ja immer offen für unkonventionelle Ansätze bei diesem Spiel. Äh. Also versuche ich auch hier wieder auf die Hydraulik zu verzichten. Wow. Wenn ich das schon höre, ne? Ja, aber es soll trotzdem eine funktionable Brücke sein. Also ich werfe hier nicht plötzlich mit Holzstückchen um mich. Ich finde dieses Spiel ja mega beruhigend, ne? Wenn es das tut, was ich mir denke, dass es tun soll. Ich habe übrigens mir PolyBridge ja ursprünglich das erste Mal gekauft für Tablet. Also für Android. Android. Und da ist es tatsächlich slightly different. Also es sind glaube ich andere Brücken. Zum großen Teil. Ich weiß, es gibt, ich weiß nicht, ob es das für Android auch gibt, aber für iPhone gibt es auch eine kostlose Version dieses Spiels. Das weiß ich tatsächlich nicht. Heißt dann nicht PolyBridge, sondern Bridge Constructor. Ja gut. Das Ding jetzt eigentlich ist... Passiert auf einem ähnlichen Prinzip. Ne gut, Brücken konstruieren läuft halt auch immer nach einem ähnlichen Prinzip ab. Garantiert nicht. Diese Verbindung bitte nicht teilen. Also das ist alles Quatsch. Wie kann ich denn mit diesem Level überhaupt mal im Budget bleiben? Alles, was ich bisher versucht habe, klappt nicht. Okay. Nee, das wäre jetzt ja völliger Burks. Aber es klappt alles nicht. Ja, das ist halt die Frage, ne? Ist das dann noch die Schulterbrücke? Ja, wessen sonst? Okay, sorry. Ach, das ist zu far away. Nee, der schält doch nicht. Kriegen wir aber hin. Ah, das sah geil aus. Also das möchte ich nur mal in Slow-Mo sehen, bitte. Ja, okay. Hätte man ahnen können. Sehe ich ja ein. Jetzt bricht schon mal nur noch eine Seite ein. Das spricht für die Konstruktion. Das wird doch nie und nimmer halten. Aber hey, das ist im Budget. Ich schicke dir schon mal ein Foto von meiner Brücke, wenn das gleich hält. Ich weiß nur noch nicht, ob der Ränder drüber kommt. Aber gute Hoffnung. Was war das ursprünglich? Eine Hydraulikbrücke war da gedacht. Ja, da sind halt drei Schiffe unter den, durch die Lücken gefahren. Bist du im Budget geblieben? Ja, deutlich. Ich habe 33.000 Dollar gebraucht und 68.000 durfte ich. Easy. Hier könnte ich eventuell mal wieder Hydraulik brauchen. Also das hält doch nie und nimmer, was ich hier gebaut habe. Einfach, warum stürzt diese Brücke jedes Mal wieder ein? Das ist doch nicht schön. Nee, das will ich nicht. Dann hat das hier unten wieder weg. Das ist alles Burks. Aber lieber so. Vielleicht hilft das ja. Ja, vielleicht. Vielleicht ist es nochmal nur ein, ja. Hm. Ich glaube, das müssen wir hier nochmal stabilisieren. Ja, wie mache ich das denn jetzt am dürfsten? Ich muss mal wieder ein bisschen rumgehen. Ich möchte das Let's Play nicht zu, 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 zu unnötig in die Länge ziehen. Ich mache aber erstmal die nächste Brücke und dann gucken wir mal weiter. Gehen wir da hinterher nochmal drauf zurück. Ist das nicht so wie so ein Quatsch und endlos Let's Play? Also gut, endlos insofern, dass man halt irgendwann mal alle Brücken gebaut hat. Was muss ich hier jetzt nicht machen? Eins fährt da unten lang. Ja, okay. Das heißt... Ja, das ist es natürlich, aber... Das muss man keinem sagen. Und ich sag's auch mal so, bis ich alle Brücken geschafft habe, dürfte es noch ein bisschen dauern. Jetzt bin ich bei meinem grandiosen Baustil hier gerade. Hält der scheiß? Tatsache. Robust, die Dinger. So. So. Hä? Ach, du Kacke. Wie soll ich das denn machen? Dann müssen wir das hier unten nochmal umbauen. Was tut das denn so? Dann haben wir hier erstmal so. Das ist schon mal gut. Wie produktiv ist. Wunder mich. Okay. Wunderbar. Hmm. Fuck. Was müssen wir so anders machen, naja, wofür haben wir hier diese Kästchen, ne? Ich habe dieses ungesunde Gefühl, dass das so nicht klappen wird. Ach, ich habe natürlich genug Straßen. Ja, okay, Nutnut, machen wir Ausfahren draus, ne? Na gut, dann muss das doch so gehen. Ne, da muss das noch getrennt. Oh ne, einfahren war schon richtig, aber es ist einfach viel zu lang. Natürlich äußerst ungünstig, dass das viel zu lang ist. Oh, nein, 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 nein. Ach so, ja, das ergibt natürlich keinen Sinn, was ich hier getan habe. Das ist gut So, jetzt müssen wir hier natürlich noch Das muss dann noch da irgendwie stabilisiert werden Und eigentlich auch noch so Nee Okay, dann machen wir das andere Das ist besser nochmal von vorne So Äh Okay, das ist aber nicht so gewollt So machen Müssen wir den hier vielleicht wegmachen Mal gucken Das gucken wir jetzt Äh Ja Genau Scheiße Günther Das ist nicht gut Dann musst du mal mehr Ballaststoffe essen Dann erinnert sich das für Ja Ja Es ist nicht das, was ich erwartet habe Was passiert soll Aber okay Ja, okay Eventuell sollte man den Rest auch erst fertig bauen Bevor man den ersten Test laufen lässt Ich sehe das Problem Mal Gitarre aus hier Ist bestimmt Sinnlos Okay, da reißt die Brücke durch Das ist Erstmal egal Das klappt eh so nicht Ich weiß, ob das hier so klappt Oder nicht so sicher Ich muss hier so einen scheiß Aufzug bauen Der nicht so klappt, wie er soll Weil die Hydraulik einfach nicht weit genug ausfahren kann dafür Ist natürlich nervig Die fährt ja nur auf Äh Das anderthalbfache ihrer Länge aus Und nicht auf das Doppelte Das ist das Problem, was ich hier sehe An diesem Bau der Brücke Da habe ich aber ein blöde tragendes Teil rausgenommen Das ist nicht gut Hä? Ach Ja, ich werde jetzt mal da Also jetzt passt doch Ne Okay So Also müssen wir den Ansatz hier mal abändern Das Das ist so auf jeden Fall wichtig Scheiße, hier stimmt wir ja nicht So Ah Das ist cool, dass das schon von herein so war Ich habe hier mehrere Fragen, meine Damen und Herren Ich werde jetzt kann die Hydraulik denn Wieso kann die Die Hydraulik braucht direkt einen Punkt, wo sie dran endet Dann muss es Geben, okay Ah Da darf ich nichts hinbauen Es ist doof Hm Ich habe noch Ne Ne Das geht auch nicht Ah Die Entwickler dieses Spiels sind so schlau, ne Warum genau Ja Also die sind wirklich schlau Weil die meine Hacks verhindern, indem sie einfach einen riesen fetten Bus als erstes fahren lassen Der ist Der mich dran hindert, die Straße ein Stück anzuheben am Anfang, weil die sonst zu hoch wäre Dadurch gewitzt Ja Das geht schon mal so Und die Hydraulik, die hängt doch da auch einfach so durch Ja Das reicht doch so, sehr schön Okay Ja, Level failed, achso, weil das Auto untergegangen ist Scheiß Auto Was geht das auch runter Das sieht sehr gewagt aus, was ich hier bastel Hä Was haben wir jetzt zu schnell, können wir das nur nochmal sehen? Nee Okay Das ist auch Bullshit Nein Nein Ich möchte diese Straße gerne Hier Nein Eigentlich hier Oh Hehehehe Nee, so rum funktioniert es nicht Man muss die Hydraulik auch richtig rum einstellen Dann hat man eine Chance Dann hat man eine Chance Ja Hm Ich habe hier so meine Befürchtung Nee, passt Wenn das jetzt mal wieder zu wird Dann ist das eine wunderbare Hydraulikbrücke Dann ist das eine wunderbare Hydraulikbrücke Mit dem minimalen Viget Wenn Hast du Zweifel, dass die wieder zufällt? Oh Zufall nicht Die Frage ist nur, ob sie dabei bricht Das sieht nicht so aus Nee, ganz locker Ganz easy Ein bisschen viel Druck auf dem ersten Balken Aber nutzen geht es Ja, ganz entspannt Erstmal gucken, ob das so überhaupt ginge Ja, guck mal Ich bin auch wieder 3000 Dollar günstiger als mein Konkurrent Herr Pfeiffer Ja Hast du wieder geschummelt, ne? Nee, sehe ich nicht so Na, den nochmal weg Was ist das denn wieder für ein Teil? Oh Ey, ganz ehrlich Wenn jemand in echt so eine Brücke baut Wie diese Checkpoints es vorgeben, ne? Dem würde ich einen Alkoholtest geben Ja Achso Das kann natürlich hier so nicht klappen Warum? Warum? Bist du die Banane krumm? Bist du die Banane krumm? Ja Okay Warum reißt die Brücke da durch? Achso, weil das natürlich Völliger Nonsens war, aber das hat das Spiel mir völlig sinnlos vorgeschlagen Ist mir egal, ob ich gerade in meinem Budget bin oder nicht Ich muss ja erstmal überhaupt verstehen, wie das hier funktionieren soll Jetzt kommt der Revoluzzer durch Ich habe noch keine Motivation, warum ich diese Brücke hier gerade bauen muss Ich habe noch keine Motivation, warum ich diese Brücke hier gerade bauen muss Welche Brücke hast du denn gerade? 2-4 oder so 2-5 2-5 2-5 2-5 Und 2-5 ist cool Ja, das hat aber ganz gut geklappt eigentlich Das war 2-4 nochmal Ach, das war das Schöne, was du mir gerade geschickt hast Wie soll ich denn jetzt hier einen vernünftigen Lift bauen können? Also das ist ja schon mal Klar, das muss eigentlich auch so gemacht werden Also das fällt doch unter die Kategorie Brückenbauer besoffen, oder? Naja Das weiß ich nicht Ich weiß ja nicht, was du da gebaut hast und ob du besoffen bist Ne, letztes kann ich verneinen Aber ich kann zu deiner Sicherheit auch sagen, ich weiß auch noch nicht, was ich hier baue Das klappt auch nicht Das machen wir mal wieder weg Das machen wir mal wieder weg Das geht, ok Die müssen da wieder weg Ich weiß noch nicht, was ich hier baue und das sieht sehr abenteuerlich aus Das musst du nicht kurz sagen Hahahaha Hahahaha Ahja Ja Das war jetzt selten dämlich Wie lang kann der denn maximal sein? Der kann maximal genau die Länge haben, die ich brauche Das war erstmal gut, oder? Ja Ich muss es jetzt nur noch für mich nutzen Ich hab ne Idee Erstmal, hier komm Erstmal alles weg Warum macht der diese Verbindung immer wieder hin? So Erstmal so Das ist einmal Das sind da So Das sind da So, das ist nicht weit genug Er muss mal zipptopp und soweit ausführen So Hält das bis dato? Ja gut, wenn der Rest der Brücke nicht wäre, ich verstehe Aber Bestellen wir uns nochmal ganz doof und sagen einfach mal, das klebt mal für einen Moment hier oben Dann hält die Scheiße Gut Also, was man so landläufig unterhält Naja Pfff 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 Man kennt ihr aus den Indiana Jones Filmen diese Brücken, die so aus Brettern bestehen Wo du dann zwischen den einzelnen Ritzen durchgucken kannst, so 500 Meter in die Tiefe gefühlt Die sind sicher gegen das, was ich gerade baue Oh Also die sind quasi Staatlich geprüft gegen das, was ich gerade baue Ja, ist okay, dass das jetzt gerade mal für den Moment über dem Budget ist Ich will also, dass was passiert Achso So Es stürzt einfach ein Völlig unmotiviert stürzt diese Kack Brücke einfach ein Ja, dann machen wir hier auf maximale Höhe Dann Hält diese Brücke vielleicht Achja 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 Der Hydraulik Ich auch nicht Keine Panik Dann löst sich das, obwohl ich es eingestellt habe, das Ja Ah Ja 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 im prinzip nicht verstanden aber es hat funktioniert so wenig so da muss ein seil so das seil hält die brücke eigentlich hier noch fest und das so ist dann auch da mal gucken ja dieses let's play wird bei mir immer besser aber ich habe ich möchte das gern beibehalten dass ich die folgen einzeln anmoderieren deswegen mache ich jetzt hier mal die erste von meinen folgen für heute fertig da vielleicht habe ich da die idee wie ich diese brücke hier bauen kann bis dahin tschüss mir geht es natürlich um der halt den schritt ja auch in voller länge sehen es ist ja nicht so dass ich irgendwas verberge auch dass er sich hier gerade machen ist auch ein akt der kontemplation das gut wenn mir das jetzt nicht hochgradig irgendwie um die ohren fliegt das kann nicht gut nein das kann nicht gut gehen schon aus ernährungsphysiologischen gründen konnte das nicht gut gehen was ist das denn hier unten ey aber das gefühl ich bin mir hier unten mal zwei stahl träger ja ich bin mir noch ein paar anderen stellen zwei stahl träge ja ich wäre so weit also so hallo willkommen zurück und hier ist das immer noch dabei der hat auch in seinem sonntagsshit noch einiges zu tun er hat noch richtig geschüttet ich gebe es zu ich habe mal wer ein bisschen hilfe geholt für diese brücke wo wir überlegt haben wie wenn nein 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 ja das ist völlig legitim aber das ist hier gerade so im prinzip war der ansatz den ich hatte schon gut mit schnappartung und ich war natürlich wieder 4.000 dollar günstiger als du warte ne warte das baut hier keine brücken für die ewigkeit matthias baut brücken die günstiger sind als meine tobi die ist sowas von für die ewigkeit die kannst du dir auch wieder nur live geben ja so sieht das ding aus ja funktioniert wie eine einfache gucken wir uns doch mal an ja deine brücke sieht etwas kantiger aus als meine ich habe sie ja versucht ein bisschen rund zu bauen ich konnte leider keinen spline legen das werkzeug gibt es nicht so naja doch du kannst ja im prinzip ja ich kann eine interpolations kurve zwischen zwei machen aber da gebe ich einen da gebe ich einen sogenannten nicht natürlichen spline vor da hätte ich aber einen kubischen spline für gebraucht für die interpolation das wäre nicht gegangen mit den werkzeugen ach quatsch du hättest einfach bei mir hätte es auch geklappt ja hast du vielleicht ein bisschen mehr arbeit investiert als ich ja ich habe die straße in mehreren etappen gebaut sowas macht man noch nicht so reicht doch oder ja ich finde das reicht so so die idee hier von diesem video was ich mir dazu mal angeguckt habe war folgende wir nutzen den berg hier als stütze so von unten und dann müssen wir hier nochmal ein bisschen am budget basteln das sollte aber kein problem sein kriegen wir hin erstmal muss die brücke halten ja alter ingenieurs spruch erstmal muss sie tauten ach ich hab da keinen bock drauf den scheiß hier ich muss mir das youtube video nochmal eins zu eins ansehen ich habe mich hier auch ein video zu angesehen weil ich keine ahnung hatte wie ich den scheiß hier machen soll ganz ehrlich der hat hier was sowas crazy gebaut ne da wäre ich in 20 jahren nicht drauf gekommen weißt du gar nicht du hast ja gar keine 20 jahre vorgegeben wahrscheinlich wäre ich da auch in 100 jahren noch nicht drauf gekommen hier klassische sonntagspyramide was immer eine sonntagspyramide ist keine ahnung auch weiß ich nicht das was ich hier jetzt einbaue die pfeifasche sonntagspyramide so hier hier die hydraulik so zu setzen da muss man erstmal drauf kommen definitiv ne ich finde das ergibt sich aber leicht aus der definition und dann war hier irgendwie noch so ne hydraulik die komplett ausfährt die fährt komplett zusammen da müssen wir das ganze nochmal irgendwie stützen da steht der ganze turm in sich zusammen also ich muss den hier noch auseinander cutten ne hier müssen zwei dran obwohl hier weil das hier nämlich falschrum abgebildet ist hier das grüne ist ja das teil was sich hoch bewegt und das muss auf die seite und das rote muss auf die seite habe ich inzwischen verstanden die entwickler anscheinend noch nicht so da war der toby ein wenig günstiger als ich das auto auf den kopf gefallen da war ein seil hier hin wo war ich günstiger ja das müssen wir jetzt wissen wie die nur äh 2 7 ok hm na auto fahr ja fahr ja fahr kannst du nicht komisches auto naja so ganz stimmt's noch nicht was die straße schwebt mir zu sehr im freien wenn die sich da löst kann ich nachvollziehen straßen die im spreien schweben sind auch normalerweise nicht gut ja also ihr seht ich habe keinen plan was ich hier tue und wie ihr auch seht äh es passiert hier nicht viel die hydraulik die könnte aber auch mal ein bisschen gleichmäßiger arbeiten als sie es tut du hast aber auch wieder erwartungen ähm man sollte die querbalgen nicht vergessen ne vorher bringt einem diese konstruktion irgendwie nicht so besonders viel ja so aber jetzt auch nicht hm welcher brücke bist du jetzt? ja du musst mir die schon irgendwie beschreiben damit ich das kapier ja muss mal gucken ähm das ist äh auto last äh auto und van das auto muss nach oben der van muss nach unten auf der anderen seite ja er 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 muss die hydraulik für nutzen ja das bin ich mir bewusst ich überleg nur gerade erstmal wo das auto fährt zuerst ne? sieh dann wird die hydraulik ausgelöst und dann fährt der bus sieh jetzt überleg ich mir noch kurz wie ich das in harmonischen einklang bringe warum bricht die scheiße das tut doch gar nicht Not ne tut echt nicht Not hier die jense sabbelkacke woran liegt das denn? oder nach dem Rest der Brücke? okay ja das heißt wenn wir das jetzt noch ein bisschen eleganter lösen ich hab da ne Idee also ich hab schon so viele Ideen heute gehabt ne? hm haben wir alle nicht geglaubt ja vor allem nicht bei dieser Brücke hier ok oh kopieren wir das dahin das ist sehr gut dass das so klappt so das jetzt da so machen und du ziehst dich genau auf die Hälfte zusammen da müssen wir das noch irgendwie ja genau mit hydraulik das das gibt total keinen Sinn was ich da mache kann man da noch irgendwo was festmachen? natürlich nicht ja das seil das ist jetzt das was das budget kaputt machen wird hm 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 die Idee ist auch kacke ok hm das einzige was sicher ist bei dieser Brücke ist dass die Straße genau so aussehen muss weil jetzt alles andere nicht passt weil wir nur 5 Straßen haben das ist auch alles dann bin ich ja der meinung das ist zwei meter und hier vier meter hoch sein das ist doch ein schlechter witz also nicht sinnvoll wirklich aber dann ist es verständlich warum die scheiße da zusammenklappt jetzt muss ich mir nur überlegen was passieren soll tja ist aber doch nur zu 4,8 prozent belastet warum ist das denn eingestürzt erst mal verstehe ich nicht oh das ist eine ganz doofe idee die hier hat ich habe mir das gefühl ich weiß nicht genau was ich hier gerade tue ich glaube da bist du gar nicht allein hört aber klappen wenn der bus jetzt ein bisschen springen kann der bus ist zu schwer für diese konstruktion das kriegen wir auch noch hin kleinste die werden immer witziger hier ich habe jetzt heimlich die brücke gewechselt du bist aber auch ein ganz gewitzter ja kommen wir gleich drauf zurück auf die brücke vielleicht klappt es jetzt besser jetzt muss ich nur noch herausfinden an welcher stelle genau es kaputt geht ja die brücke muss natürlich auch irgendwie noch wie hält man diese brücke jetzt davon ab kaputt zu gehen kaputt zu gehen nee durch ihr übergewicht nach links zu kippen das war so die sind ja jetzt sehr witzig ne komm ich lerne mal direkt indokristen Wir nehmen hier auch direkte Stahlträger. Ja, ganz easy. So, jetzt nochmal für Tobi, damit der auch wieder ein Bild hat. Es lohnt sich aber erst, wenn die Hydraulik hochgegangen ist. Ja, so macht man das. Bestimmt. Auf jeden Fall. Zack und 1000 Dollar günstiger. Weil du hast einfach den oberen Teil der Straße hochgeklappt, natürlich. Ich seh da gar kein Problem. Ich seh hier ein Problem bei dem, was ich hier gerade machen muss. Ich hab echt keine Ahnung, wie man diese Brücke so stabilisiert, dass sie nicht umfällt. Das geht nicht. Ich hab da keinen Anhalt. Weißt du, ich hab jetzt hier eine Brücke, ne? Immerhin. Die hat nur am linken Ufer einen Ankerpunkt. Einen. Okay. Ich frag mich, wie soll ich die bauen, ohne dass die Übergewicht kriegt? Wie soll das gehen? Vielleicht musst du eine Rampe bauen. Ja, aber egal was ich mache, da ich nur einen Punkt habe, kippt alles immer nach rechts runter. Ja, ich verstehe. Ich analysiere gerade erstmal diese Situation. So kann man das natürlich machen, aber trotzdem muss ich das ja irgendwie hier unten bauen. Und das ist dagegen, klar, dass hier irgendwo so einen Halt hat. Klar, das müssen wir jetzt hier noch. Ja, ist ja gut. Das ist ja okay. So, und jetzt? Daent important. So, was ich... ... ... ... ... ... ... ... so so könnte ihre Brücke aussehen äh Gitsch ist halt noch der Froch was machen wir hier Straßenflogen hier noch nicht einfach ach doch das ist doch nicht witzig das war nicht vom Känguru approved ach ja das muss man so machen so jetzt kommt der spaßige Teil na ja was man so spaßig nennt ja Hydraulik verlegen halt ne so nein nein das ist keine Trollbrücke geworden ne 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 auf keinen Fall ich mach das hier sehr riebis wenigstens einer von uns bei ich hätte da noch Hydraulik einbauen müssen auf die hab ich ja mal verzichtet dann wird das Auto auch in einer coolen Rolle ähm ins Ziel gefallen und eher so auf dem Kopf da drin gelandet cool ja ich bin nur halt noch 5000 überm Budget ansonsten ist alles gut da müssen wir uns ja jetzt nicht jetzt drum kümmern ne wir müssen wir uns einfach hier weiter ein Wurst geht noch was ist das denn jetzt hier ja ne äh hast du irgendwie Lack gesoffen spielentwickler ja was wie der Bus fährt und das Schiff hier ja verstehe dann geht die Hydraulik dann fährt das Schiff dann geht nochmal Hydraulik und dann fährt der andere Bus und der fährt weiter wenn der ist mir zu kompliziert weißt du das dafür muss man hier echt äh Statik studiert haben oder wie das heißt man Hydraulik Controller oder der sagt mir nur was passiert ok ne ich ich wird das immer als sinnlos äh bezeichnen und das die wir so machen wieso hält die Brücke nicht wieso reicht die einseitig und nicht zweiseitig das kann ich nicht nach diese Frage die haben wir auch schon sehr häufig gestellt diese Brücke muss so halten das widerspricht allen physikalischen Vorstellungen die ich habe wenn die Brücke so nicht hält ja die Level failed kann ja nicht sein nur weil das ist komischer aber jetzt weiß ich wenigstens was passiert das heißt diese Brücke hier muss eigentlich hier sein wir kommen. Was wollen wir um rohstabillined ja das geht ja nicht okay das ist hier unten auch eventuell ein bisschen die ich jetzt es jetzt hier gezwungene aufgeklappte brücke zu bauen ja muss das halt als herausforderung ja wäre auch das erste mal gewesen dass hydraulik das tut was sie soll warum ist das jetzt hier auseinandergebrochen also frage anders warum ist das jetzt hier speziell auseinandergebrochen weiß ich nicht ach weil da nichts gegen hält ja ok scheiße ich weiß sagt man nicht davon geht die bildung im arsch aber ja in dem konkreten fall ne ist das egal punkt für dich reicht das schon um die straße da zu stabilisieren nein natürlich nicht es wäre ja auch zu schön gewesen wenn das jetzt geklappt hätte so wie ich mir das hier gebaut habe das sieht doch so 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 schön aus könnte alles so einfach sein ja und das war vorhin auch der häufigst benutzte ich bin jetzt schon über ein budget ich habe dich bei einem der brücke fertig gebaut wird sich doch verarschen das gefühl ich muss diese grundlegende stabilisierung hier nochmal überdenken ja ich fürchte ich auch ich fürchte ich auch aber ich habe keinen platz die stabilisierung zu überdenken ja ich in diesem fall schon noch ich bin jetzt schon tausend überm budget und ich habe erstmal eine von zwei brücken soweit dass sie vielleicht funktionieren könnte also dass sie nicht funktioniert sag's ruhig weil das vielleicht in diesen sätzen ist ja immer äh noch funktioniert sie auch nicht das ist richtig das liegt aber daran dass die irgendwie eine komische belastung hier hat weil dieser komische bus hier springen muss aha ach jetzt klappt die wieder hoch wie soll das denn funktionieren weil selbst wenn wir die wir bauen jetzt die gleiche brücke hier auf die seite auch nochmal hin nur halt umgekehrt ne also hier diese komischen seile erstmal weg dann hier unsere hydraulik dran das ist mir noch mal kürz kann man sich das irgendwo hier jetzt mal auf der höhe da ist das ok dahin das heißt die straße hier muss weg die straße hier muss weg die straße hier muss weg das habe ich jetzt wieder nicht gesehen stattdessen geht die straße hier auf den punkt zu ich teils die hydraulik hinein noch nicht machen wir den hier ein stück kürzer jetzt passt sie da hin dann die glätten das 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 auch das auch äh copy so so da reicht also eine sehr flache konstruktion drunter muss da auch reichen sonst kriegen wir das nicht auf die andere seite da muss dann noch sowas drüber gebastelt werden so dieser sprung ist noch nicht ganz ausgereift so huch was jetzt passiert nebengeklickt aha ja die brücke ist hier also noch nicht stabil genug warum auch immer auf der anderen seite hat das gerade geklappt ja anscheinend nicht too far away ja so so das haben wir schon mal das habe ich schon mal verstanden so das klappt schon mal jetzt sollte der bus da auch drüber kommen also wir stellen fest selbst wenn das hier klappt dann haben wir ein problem momentan mit dem schiff also da werde ich dann werden wir nächste woche neu ansetzen ich habe jetzt gerade eh nicht mehr viel gelabert am ende ist mir mal so aufgefallen also da werde ich mal ein wenig drüber prokrastinieren in diesem sinne vielen dank für diesen wunderbaren äh ostersonntag ich hoffe ihr hat dann eigentlich Spaß ja und ja macht's gut bis zum nächsten mal und äh haut rein und tschüss ja tschüss bis zum nächsten mal